Die Woche des Bahnstreiks hat begonnen und es wird wohl der längste Streik der Bahngeschichte. Hier kommt der Klaus Wieselski, den Trotzkopf kennt man schon, der Paragrafenreiter und Macker der Nation. Also langsam reichswig. Unangemessen. Mich kotzt das an. Tja, das hatten wir voriges Jahr schon. Er schickt die Plastiktüten gerne zum Streiken raus. Und regt man ihm zur Schlichtung, dann weicht er immer aus. Er merkt nicht, dass sein Ego voll an unseren Nerven sägt. Mit seinem Rungelstreike hat er Deutschland, was uns ziemlich stark erregt. Bahnstreik Nummer 8, schon wieder keine Lockdown. Legt mich doch am Arsch, sagt dieser sture Botter. Oberlippenbart, er ist und bleibt ein Zocker. Und das kostet Geld, ne halbe Milliarde locker. Du alter Bahnstreikschocker. Mach dich endlich locker. Nein, und wir haben keinerlei Ergebnisse erzielt. Dann mach mal hin, du Lockvogel. Und tschüss. weil das ist voll leer, ich gehe vor. Das ist richtig, klar. Untertitelung des ZDF, 2020